Moin moin und willkommen zur 31. Ausgabe von Topsies 180. Ich erzähle wieder in ca. 180 Sekunden, was die letzten Tage so passiert ist und am Ende gibt es wieder einen kurzen Tipp der Woche von mir. Okay, los geht's nach dem Intro! New World brennt Grafikkarten ab! Die Beta-Phase von Amazons neuem Spiel New World ist sehr spektakulär gestartet. Zahlreiche User beklagten, dass ihre Grafikkarten durchgebrannt sind und auch ein Neustart, die sie nicht wieder zum Leben erwecken konnte. Betroffen waren hauptsächlich EVGA-Grafikkarten wie z.B. die 3090. Alle eingebauten Schutzmechanismen, die sowas normalerweise unterbinden, also z.B. heruntertakten usw., haben hier scheinbar versagt. Die Fehlerursache ist hierbei wohl ein defekter Lüfter-Controller, der bei sehr hohen Bildraten, also 6000 Frames pro Sekunde usw., z.B. im Menü, die Spannungsspitzen nicht schnell genug abpuffern kann. Die FPS wurden nun durch einen Patch auf 60 begrenzt und auch EVGA, soweit ich das recherchieren konnte, tauscht problemlos die hierdurch beschädigten Grafikkarten aus. Microsoft Flight Simulator Dass der Microsoft Flight Simulator auf dem PC beeindruckend aussieht, ist ja schon vielen bekannt, wenn gleich auch die Performance sogar auf High-End-PCs teilweise ein bisschen in die Knie geht. Am 27.07. ist nun die Xbox-Version für die Series X und S erschienen und es läuft tatsächlich auf der X in 4K und auf der S in Full-HD flüssig. Zusätzlich wurden im Spiel oder Simulator noch einige Punkte bezüglich der Steuerung bei den Konsolen angepasst. Auch wenn die Grafik nicht ganz an die PC-Version heranreicht, so ist die Portierung doch durchaus gelungen. Auch die PC-Benutzer können sich freuen, denn vor einigen Tagen ist durch das SIM-Update 5 die Performance erheblich gesteigert worden, also die CPU-Auslastung besser verteilt worden. Ich werde dieses weiter testen und in meinen Videos berichten. AMD Radeon RX 6600 EXT AMD hat nun die 8 GB 6600 EXT für den 11. August angekündigt. Leistungstechnisch dürfte die Karte zwischen der Nvidia RTX 3060 und der 3060 Ti liegen oder auch auf allem Niveau sein mit der 5700er XT. Ein Referenzdesign von AMD wird es diesmal nicht geben, aber direkt zum Release werden einige Custom-Modelle angeboten. Der UVP mit 379 Dollar ist im Vergleich zu Nvidia recht hoch, allerdings dürfte der Straßenpreis dann noch wieder deutlich höher sein, also 500 Euro oder so. Übrigens sollen von der 3060 dann zum Release auch wieder einige verfügbar sein, scheinbar wurden hier ein paar zurückgehalten. Pokémon Unite für die Switch Nintendo hat ein neues MOBA, also Multiplayer-Battle-Online-Arena, Pokémon-Spiel, ähnlich wie zum Beispiel League of Legends, herausgebracht. Hierbei betteln sich zwei Teams mit jeweils fünf Spielern in einer Arena und versuchen die gegnerische Seite zu besiegen. Das kostenlose Spiel ist sehr schön umgesetzt und wird auch von vielen gefeiert, aber wenn man ernsthaft kompetitiv spielen möchte, kommt man eigentlich um Pay2Win nicht herum. Hier wurde aus meiner Sicht eine sehr gierige Monetarisierung eingefügt und auch der kostenlose Coin-Field-Dienst pro Woche limitiert. Wenn ihr aber genug Zeit habt, um Wochen, Monate lang alle Items bis Level 30 zu erspielen, könnt ihr auch ohne mindestens 100 Euro zu investieren viel Spaß haben, wenn bis dahin eure Sets durch Änderungen im Spiel nicht unbrauchbar geworden sind. Die kostenlose Version kann man ja aber auf jeden Fall mal ausprobieren. Und da sind wir schon beim Tipp der Woche, Suicide Squad von 2016. Ein DC-Action-Film, der als Comic-Verfilmung auf dem gleichnamigen Anti-Helden-Team basiert. Hierbei geht es darum, dass Amanda Waller ein Team aus gefährlichen Verbrechern für die US-Regierung zusammenstellt. Dieses soll dann bei hochriskanten Aufträgen ohne Rücksicht auf Verluste eingesetzt werden. Das Team besteht unter anderem aus der gestörten Harley Quinn, also Margot Robbie, und dem Profikiller Deadshot, Will Smith, der nie vorbeischießt. Gemäß vieler Kritiken ist der Film aber schon an seinem Ziel vorbeigeschossen und hat vieles an Potenzial liegen lassen. Ich finde ihn dabei sehr unterhaltsam und ihr könnt den ab 31.07. auf Amazon Prime Video sehen. Ab dem 05.08. kommt dann The Suicide Squad in die Kinos, der trotz der aus meiner Sicht etwas merkwürdigen Charaktere, wie zum Beispiel ein Hai, sehr gute Kritiken bekommen hat. James Gunn hat hier wohl wie bei Guardians of the Galaxy wieder alles richtig gemacht. Also schaut ihn euch hier im Kino an. So, das war's schon wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, liken und abonnieren nicht vergessen. Das ist mein Lohn und hoffentlich bis zur nächsten Woche. Okay, ciao, bye, bye! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.